Werner, du bist ein Quer-Roland. Hä? Wie lacht. Wirst du nicht schlucken, hä? Ja, Eckert. So, so, was gibt's denn hier zu lachen? Eckert, das hab ich nicht von dir gedacht. So eine Blomage. Das wollte ich nicht mit Absicht, Meister. Und wieso trinkt der Lerling Bier? Ich wollt die wachne Bier suchen hier. Was ist mit der Hauptleitung? Sind die Löcher gebohrt? Und was ist mit die Anschlüsse? Wofür bezahl ich euch? Schickimicki, könnt ihr zu Hause machen, dass mir das heute fertig wird? Ich muss zur Bauleitung. Ich verlass mich auf euch. Ja, ja. So, was heißt hier ja, ja? Ja, ja heißt, leck mich am Arsch! Ihr bleibt so lange, bis das fertig ist.